ich nehme ein schild mit ich habe schon lange ein schild ich habe kein schild wer macht mir eins ich mach dir gerne eins wo ist mein ganz oh nein kann mir mal einer weizen mitbringen die haben aus meinem weizenfeld doppelt gemacht komplett also wirklich komplett mit dem chef 2 14 14 weizenkörner hätte ich gerne es war ich noch ein schiff zwei schwert hat einer jetzt von euch schon mal biete gefunden rote bete hallo wir haben aus meinen ganzen auf meinem weizenfeld echten kartoffelfeld gemacht 12 ja ist so eine frechheit oder nicht was doch keine kohle rein der räucherofen geht auch ohne kohle noch eine kohle dran ist schon gut ja ja nie den anstieg noch ein paar sticks doch letztens noch holz gefällt jetzt noch mal holz was ist nervig deine türen warum so jetzt kann ich mir gleich noch ja also ein schwertum raum soll ich will ich noch ein extra eisenspät mitnehmen ich habe mir jetzt ein scherfe zwei schild macht im letzten scherfe zwei schwert gemacht und jetzt versuche ich jetzt hier ja und dann rechtsklick wenn du blocken willst das hilft wenn zum beispiel einfach blocken oder damit blocken ich habe nicht genug erfahrungspunkte aber ich muss mal gucken es mir so nun mal jetzt gleich los endlich ja wegen mir kommen wir los ja ich muss jetzt noch kurz was gucken dann muss ich kurz meine paar sachen noch aussortieren und dann können wir also ich sollte hier schnell aus und dann kommen ruhig los meine erde dass ich hier nicht gerade bist du schwein hier mal ein wasser einmal mit 90 hat selber hey das ist ein zombie drin gespawnt beim baby beim zappertisch wie er das ist ein zombie drin warte ich komm ich habe ihn ich habe ich mir ausleuchten nein ich habe ich mir eine eisenschwick benutzer chefe 1 chefe 1 gibt es für 2 für 2 erfahrung das habe ich aber ich habe ja ausgeleuchtet ja du hast bitte schiffe 1 jetzt hast du fünf erfahrung ich hab 17 17 beim erfahrungstisch war der zombie ich hab da ausgemacht du bist jetzt hinter dir also hast fünf erfahrung ja hier versuche das mal auf chefe chefe ein chefe dann kann ich mir einen chef verdreht ja ich kann mir auch kein schiff drei machen weil ich ja nur schiffe 1 bitte kostet nur drei über mir ja bei mir kostet das fünf egal macht würde er danke ich hoffe ich hoffe das wird witten aus leg gerade oder habe ich nur noch zu einem level was kostet auch erfahrungsvier wirklich nur das kombinieren einmal das ist auch kombinieren ja das selbst wird eins mit dem chef 1 und das chefe 2 mit dem chef 2 ich habe das gegeben ja ich habe zwei jahre dann drei also auf den mit dem also chefe eins zu stellen eins jetzt machen und dann schiffe zwei mit schiffe zwei kriege ich dann schon mal danke ist wenn du es nicht ja okay wir gehen jetzt exp farm wird schon wieder nacht ich glaube ich spinne es regt mich auf meine lahme zu noch da ich mache jetzt insgesamt acht schaden kommst du mit deinem ja meine lahm hast du hast die lahm hast du dem das links geklaut komm rein man kann nachts schlafen und dann gehe ich kurz nach hause so tiekos bei dem los warum schlafte denn nicht habt ihr auch alle essen ihr habt 42 karton die sollten reichen ich hab das ich hab ein mensch dabei egal brauche ich brauche ich ein kursbau nein ich will aber noch mal jetzt habe ich meine aktie dabei wo seid ihr jetzt habt ihr ja ich wollte man er mit machen und dann kein holz mit ergeben wir noch welches holen ich habe ich habe 90 40 eichenholz stemme oder bretter ich habe bretter ich nehme ich nehme nehmen ja jetzt fackeln oder ich habe keine wir haben nur 63 erreicht wir treffen uns vor allem bei meinem neuen neuen haus er werde ich möchte neue villager haben ja auch holen wir uns offline nein holen wir uns nicht offline doch wenn du bei deinem haus ich habe gerade auf ein beet geguckt ja ich habe essen so können wir freige mensch ich komme zu euch ja ich war jetzt auf dem weg darunter und dann kann da was kletter da unten da unten sind die skelette ja gehen wir rauf hast ein körper da war ich baue ja noch mit ich habe ich verbrauche jetzt noch diese eine steinspitzhacke hier ich habe gerade geschlagen ich habe gerade einfach so schaden genommen ja das hat zurück machen so seitdem ich bin hier unten immer noch ich bin ich bin direkt neben mir und jasmin ich habe keine kohle ich brauche ich ja gar keine eisen ich glaube ich brauche gerade kohle ab damit ich dann nachhaltigkeit ich brauche das eisen nicht das ist gut das ist doch wir brauchen das eisen ich habe über 26 ich habe zu viel das ist überhaupt nicht das ist ein witz ist das ich gehe mal weiter nach unten und guck mal ja ich habe keine fackeln aber ich würde auch geschossen lassen dass wir sollen die fackeln geben ja bei mir geht es hier weiter also wo ich jetzt mein gott bin es mir wirst du also ich bin bei mama und es mir war gerade eben noch hier da geht es weiter aber da gehen wir gleich hin okay mit mama ja ich will mit ich will mit ich will mit aber was bin ich für eine mama die erst mal auf ihre kinder warte damit seine höhle gehen kann ja wollen wir es mir noch um ist bin ich höre zombie ist eisen ja wäre schon cool wenn wir jetzt noch hier finden können wir es nicht wir haben jetzt auch gerade oh gott da geht es runter ich habe hier ich habe hier sonst ich hab hier sonst gelett candle kannst du es blocken ich habe geblockt danke weil ich geblockt habe moment ja ich würde ja nicht endlich würde ich nicht mit dir gehen wo bist du hier hier warte ich komme hier nicht wieder aus da bin ich langgegangen genau da seit ihr denn ich bin weit hinter dir war ich gerade ich habe gerade hier so explodiert kommt hier war gerade das skelett hier links jetzt links links wo bist du denn über uns kommen wir dahin das video läuft doch unten wieder nein ich war die ganze zeit schon um nein hier hast dich vor noch da hoch hier ist überall eisen ja ich habe ich habe ihn ich komme ich komme ich komme hier leute leute hier kommt ich kann was hat er hatte gerade zu tun ich komme kommt aber mir noch ist noch ein spiel hat auch so ich müsste aufpassen okay 30 weiter wie viel da kommen der packt ist nichts ich habe nichts ich auch nicht ob wir sagen wenn man nicht klatschen ich habe nicht angeguckt es schlägt mich einfach so ich habe mich jetzt auch noch runter sie glaubt gar nichts ja wie wäre es mal wenn du fackeln hast ich habe keine ich habe nicht mal holz weil ich ja das holz aufgegeben habe das ist hier ein riesengroßes höhensystem ja ich sehe eine fackel oder so ja ich bin gerade bei einer fackel vorbeigelaufen ich bin bei bei adam glaube ich oder es xp hier hängt ledermäuse ohne ende endlich ist sie kaputt ja hier ist überall wasser ist das ding ich höre auch wasser ich höre gerade jemand sterben ja es ist jetzt genau ich habe loch in die decke gemacht ja ich habe gerade gemacht welche höhe sind wir hier eigentlich ja ich habe drei auf jeden fall da ist so wasser weg hieß okay gut hier geht es nur ein kreis heim ja ausleuchten damit ich weiß dass ich da nicht lang laufen muss ja hier ist neuer weg ich habe keine fackeln hier runter er war doch da unten ist was ja dann geht ein zombie ja 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 ich er sagt auf dich da kann auch nicht nervt mich also was denn es bin jemand links oder rechts rechts hier ist lava und wo lava ist gibt es diamanten oder ich habe so was macht vorsichtig ich habe so gebaut ich gebe auf die andere seite gegen ja okay ist nicht schock schwere not nein 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 ich komme der stand da auf einmal gold ja ich leuchte aus und du hier komm mal hier komm mal hier hallo hatte ich hier ein ne der schießt gerade die schießt die karte selber ab lass doch einheit uns dann abgeschossen ja weil er hat ihn doch gerade selbst abgeschossen hier ist frei ist leer hast du ja kohle brauche ich schießen sie sich gegenseitig habe ja so wie haben wir eben auch kaputt für geil es war ja wenn es zombie oder es gibt skelett ist eigentlich man muss hin ich wollte hier ich habe so viel eisen eben unterwegs gesehen und daran rennt 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 und ja finde ich kein eisen ich brauche das eisen aber ich ich brauche mal eine richtige exklusion ich habe überlebt er kämpft dann da ist mein modi bis zu lang gelaufen ich bin hier oben da wo es knallt er von da kommen wir mama ich sollte vielleicht mal was essen ich bin nämlich alle herzen ich habe anderthalb herzen ich muss gerade mal ein bisschen ruhiger machen wenn er irgendein mob ist auch beschreibt man ich würde dir empfehle ich die ganze zeit drauf zu haben weil du sonst zu wenig schaden macht das war nicht zu überhören dass es ja und hat dann das skelett wird getötet ja hier geht es nicht weiter ich habe vorhin so viel eisen gesehen jetzt sehe ich gar nicht mehr ach du bist das ja noch unten geht es ja auch noch mehr ja aber da war ja kein eisen mehr da wohl wo du jetzt lang gelaufen bist ja nein ich bin ja gar nicht sehr lange laufen ich bin ja gar nicht weiter da war noch ein gang aber jetzt sind wir da schon drinnen worden jetzt zu spät gehen jetzt erst mit jasmina unten hier ist auch noch eisen guck mal hier wo soll ist nicht da geht doch ich habe hier eingang gehabt aber man muss ja gegangen hier ist eisen da kann das kann man abbauen da ist noch mehr eisen ist mal hat noch eisen hier wo seid ihr jetzt und beide oder was ich bin ganz unten da wo wir uns vor und davon waren ja ich habe gedacht dass wir vielleicht mal um den lavasee darum darum herum bauen weil da gibt es immer redstone und diamanten oder nicht ja warum für redstone mama wirst du das ist ganz zeit nach eisen hier ist weil eisen wo ich bin hier die vorne direkt ja ist massig reisen kann man nie genug haben wieso leuchtet doch ich habe zu viel so und jetzt weiter da weiter hier weiter das minus den anderen gang gegangen wo war hier noch mehr egal hier geht es noch weiter ist nur dunkel ja achten ich habe mich gefragt warum du weiter gehören muss er zurückgegangen ist ich hätte die film nie wieder nach hause sich klar oder oder ist da wieder eine fackel ist ein laver hieß oder war hier ist auch gehabt die laver weg aber drüber ist kies pass auf ja jetzt übersehen ich habe das eisen nicht übersehen ich wollte ausleuchten nicht da siehst du wo redstone sind sind auch ein dings nein warte mal welche ist hier sind jetzt auch ich bin genau für 12 deswegen ja er wollen müsste man oder was ja keine ahnung wir sind halt genießen wir sind da wo sie ist auf genau höhe zwölf doch mal guck doch mal ich komme gleich es will nur rumgelaufen nein nein ich habe nur ein bisschen eisen was dann so anders nein warte mal bin ich ganz woanders erzählen ich ja hier ist noch eine hölle ja was ist da da sind zwei wie drei wege alter leute drücken niemals ja gut habe ich gesagt es ist dann noch und geht ja so ein gedrückt oh hallo ich hab nicht ihr warum was ist damit er guckt doch gut bei mir geht es auch gerade sehr weit nach unten passiert nix da tauscht denn nur die ja was das ist es nicht eher tauscht die die dinks aus das ist eine wand ich bin blöd ich bin gleich bei dir warum wartest du nicht dass man ich komme zu mama ich höre hier noch eine riesenhöhle ja wo bist du aber bei mir geht es ja auch noch weiter bei mir ist es auch ganz weit ja von ihr kamen wenn du ein diamant hast weiß bescheid ja die hülle ist jetzt auch noch hier ganz groß ja ich weiß aber ich habe wo lang links oder rechts und rechts rechts geht es wird noch nicht wird erstmal nach links gehen alter ja ich würde erstmal nach links gehen ok jetzt lab es habe ich ja nicht gesehen ja und hier geht es auch wieder links oder rechts ja deswegen ich bin halt einmal durchgelaufen kurz es geht sogar einmal hoch das ist halt noch schwieriger ich bin ein eisen vorbei ich weiß aber ich will erstmal ausleuchten das kannst du ruhig haben ich brauche das nicht ich hab erstmal noch zu viel ja ok hier geht es nicht weiter kannst du das eisen mitnehmen kannst du damit abbauen es gibt ja alles mehr xp oder nicht ja es gibt eisen gibt keine xp höhle deswegen ich sag doch hier ist ein riesengroßes höhlensystem ich hätte nie alleine rein der wird niemals scheinlich ich höre auf jeden fall wasser ja hier ist wasser und lava ja ist mir das video aber du bist weiter unten ja ein bisschen runter gesprungen bist du irgendwie in wasser reingesprungen aber wenn man das rechts oder nach oben ich weiß nicht mal nicht hier eigentlich noch mal gucken ja hier sieht es ein bisschen interessant aus was ist da wasser ich sehe es ja nicht dazu ist nichts mehr hier ist nichts also hier ist unmengen an eisen da ist eisen wenn man eisen nicht mitnehmen kann weil er direkt an der lava ist ich sehe kein wasser daran das ist das problem durch meinen ist richtig viel kohle das ist richtig damit das gibt geld xp nur mal das andere da hatte immer das damit von denen die macht man ich muss mal gerade nebenbei fackeln machen ja es dort aber halt immer so lange ein müssen das ok doch nicht ja nützt ja nichts wenn wir fackeln brauchen ich habe jetzt 32 11 wenn ich das ist schon mal nein warte jetzt kommen hier oben hoch ja genau da bleibt es sehr schön wir können ja hier mal eine fackeln hin tun wir müssen eigentlich hier runter ich weiß gar nicht ich glaube das eisen die ganze zeit zwei namen darum hoppeln so hat den wasserfall wenigstens zu ja wohl erst mal das eisen block safe was schuldigung das licht wurde ausgemacht ja entschuldigung ich bin blind seid ihr noch mehr licht machen warte ja ja danke hier ist obsidian hä hä warum ist hier da obsidian da hast du hat jasmin bestimmt die lava ergossen nein weil es mir war ja noch davon und sie hat uns doch schon die ganze zeit gesehen ja aber da war vorher wasser da war doch gerade im wasser was ich gerade weg gemacht habe das wasser habe ich gerade vorhin weg gemacht also ist hier nichts weiter hier geht es nicht weiter ok ok gut dann war es das jetzt hier ist ja da oben muss man auch noch weiter oder oben er da oben von kam warte doch mal da war noch ein gang ach ja stimmt da lang das war zwei gänge zwei gänge welchen gang rechts oder links links dann gehen wir mal nach ja gut da geht es ja richtig weit mama hey du gehst da rechts ach so entschuldigung da ist ja noch was ach da ist ja auch noch was ach du schande da geht es ja richtig weiter wow hat sich ja richtig gelohnt äh wo jetzt äh hier bei mir da oben hoch ok alles klar ok geht es auch nicht weiter kein eisen nix doch natürlich eisen da habe ich nicht gesehen ja würde ich mal mal licht machen jetzt hast du schon maschischen dias gefunden sehe ich so aus ja welche höhe bist du denn ich bin jetzt höher 11 bei höhe 11 habe ich immer was gefunden ich höre die ganze zeit was ach das bist du so wollen wir mal zu jasmin gehen ja dann gehen wir gerade anscheinend vor dir weg ja jetzt sehe ich sie wieder wo ja dann müssen wir hier lang oder helfen wo kam ich soll ich mich zurückbauen ich habe keine ahnung nein 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 wir wollen zu dir bist du gerade am zwick meinen oder was ja also ja ich bin jetzt level 11 ähm fnf3 soll es mir nicht mehr schlagen habe ich gar nicht geschlagen ich habe nur schild gemacht ich bin höhe höhe 15 bin ich f3 warte ich komme zu euch hä wir müssen uns nur zwei blöcke runter bauen hier ist noch heißen mama das ist gut wo da hm hm doch mal wer hat mich jetzt geschlagen ich bin runter ich sehe deinen namen ich sehe deinen namen nicht das ist das problem dann war ich nah dran dein namen sneaks du ja sorry jetzt ich sehe deinen namen ich sehe den grad gar nicht doch komm mit ach jetzt sehe ich ihn ja 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 du bist ja richtig klug ne du hast hier mir den weg zu gebaut habe ich gar nicht so hä häh häh was passiert hier hä 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 ist kohle ja immer mit brauchen wir brauchen das kommt jetzt das wird so und das gibt wenig extra ein wick hingebauten das ist sehr lieb von dir ja ich bin trotzdem dass die kohle mitnehmen bringt xp ja und bringt vielleicht noch mal was ja ich bin technisches ist mir jetzt jetzt nach links und rechts gegraben